Die Kamera packst du tief, ey. Alter! Schon wieder an der selben Stelle. Will ich teleportieren? Sollte es eigentlich... ...gut funktionieren. Gut, du bist weg, du bist weg. Ein paar Zähne mehr. Alter! So, das kann man nicht. Aber was hat er mit denen eingestellt? Was hat er mit denen gemacht? Ah, die Kinder richtig einen leid tun, die armen Tiere. Oh! So, und du da? Ups! Was machen die? Ah, okay. Was heißt von da nach da? Ah, okay. Kein Gegner. So, jetzt. Und da hin. Wieder ein paar Zähne. Und noch ein paar Zähne. Und so... Arschloch! Hebel! Hebel! Machst du mal Hebel ziehen. Jetzt. Jawohl! Die einen. Das ist ein paar Zähne. Ich bin schon rot. Flinker, meine feindbedrigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Alter, wie ist der drauf, der Typ, gottöp. Okay, gut. So, erstmal gucken. Das heißt, ich muss da lang? Toll. Boah, Alter. Ich hoffe, die sind jetzt erstmal erlöst. Echt? Was? Müllschlucke. Können die nicht von hier einfach passen? Wo geht das nicht? Komm. Mann. Hm, schade. So. Das heißt jetzt, da lang. Was? Was? Doppelsprung, ne tolle Nummer. Ah. Alter, wie sieht man denn? Das ist echt ne gemeine Stille. So. So. Okay, gut. Dann mach ich erst das. Komm. Bäh. Jetzt geht der mal von... Ah, der ist schon kaputt. Das ist doch schön. Gott. Ah, verdammt. Och nö, nicht schon wieder da. So. Das sind jetzt kaputt geblieben. Hui. Ähm. Fack. Fack. Verdammt. Verdammt. Was ist denn hier? Nach oben. Nach oben. Fack. Guck. Ähm. Fack. Seine. Fack. Wuh. Fack. Bäh. Fack. Fack. Ah, das ist noch ein Kuss. Poin. Komm, wir sind doch freundlich, ja? Wird der Scheiß schon wieder drin? Ah, verdammt. Boing. Alter. Alter. Scheiße. Oh Scheiße. Oh Mann, da wusste ich mir noch mal klar. So, ja nochmal. Ich glaub mir jetzt nicht, muss ich alles nochmal neu machen. Jetzt geht das... Der Lohn für deine hindische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich will dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den Ball in den Kochtopf geworfen hat. Ach, das heißt die ganze Geschichte nochmal von vorne. Warum? Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. So, nochmal das draufwerfen. Einmal so. Denn das. Die Zähne natürlich auch mitnehmen. Der ist natürlich auch wieder da. Einmal den Hebel wieder. Zack. So. Und die Monster sind natürlich auch alle wieder da. Die sind weg. Die muss ich jetzt da lang. Einmal da. Einmal da hin. Einmal da hin. Einmal die Zähne wieder. Einmal das. Kamera wechseln. Einmal da hin. Einmal da hin. Und das Ding da hinten zerstören. Du Kackviech. Geh weg. Ich will das Ding da hinten zerstören. Besser ist. Einmal da hin. Komm, Mann. Und da hin. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Dann! Dann bei dir, was direkt ist das! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh Mann. So. Einmal das. So. Jetzt. Hat doch lang genug gedauert, bin ich ganz ehrlich. So. Als erler ist es, mache ich den Hebel. Zack. Und was macht der? Ich war's. Okay. Und das hast du. Und puff. Einmal klein werden. Mal sehen. Was gibt's hier Schönes? Schon wieder so eine Flasche. Den Zahn, den Zahn. Noch irgendwas anderes hier. Dann mal wieder zurück. Alter Schwede. Ja, das habe ich getan. Ja. Gut. Dann. Da hin. Puff. What? Oh Gott. Alter Schwede. Au. Ich sehe auch. Ich wollte ganz durchlatschen. So. Bin ich froh, dass man dieses Teleportding hat. Oh. Oh. Das ging. Beinah. Hier ist wieder so eine Blume. Falsche Taste. Knopf. Bci. Ich merkte. Würge. Perfekt, jung. Ah, da hin. Was? Das hört sich nicht besonders schön an. Und einmal die Taste C. Los. Nein, halt, das reicht jetzt. Arsch, schick auf mit dem Rebellier-Polizioten. Okay. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nicht. Versuch das gar nicht. Was ist das denn für einer? Komisch, ja voll host, ey. So. Jetzt sieht immer noch schrecklich bei den Viechern aus. Ähm, muss ich jetzt da lang, oder? Ich glaub, ich muss hier lang. Einmal den Hebel, mach ich mal. Ist klar. Äh, das ist der Müllschlucker? Ähm. 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 Ja, das sieht so fies aus. Und, äh, jetzt? Erstmal sind mir die Zähne wichtig. Komm her. Einmal du. Einmal du. Ja. Hier waren wir schon. Aber die Dinger auch wieder da. Spawn in einer Zeit. Das ist das. Ah. Wo kommt die Flasche jetzt auf einmal her? So. Und. Was muss ich jetzt machen? Kann man den irgendwo runter holen, oder? Was jetzt? Hm. Muss ich den da wieder betätigen? Hm. Ach, die Arme fehlen noch. Wir müssen den Zug zusammensetzen. Jetzt verstehe ich so langsam. So. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich wieder mal hier hoch. Da sind die Arme oder Hände. Gücken jetzt hin. So, aufdrehen und drücken. Da waren wir. Lumpage oder Zerstörung. Da kommen wir noch gar nicht hin. Was? Ach so. Das heißt, wir müssen jetzt da lang schmelzen und wiederkehren. Aber. Ich würde mal sagen, hier mache ich erstmal wieder mal eine kleine Aufnahmepause. Muss auch hin und wieder auf den Speicher achten. Aber naja. Ich würde sagen, dass in der nächsten Runde geht es dann ab mit den Schmelzen und wiederkehren. Ähm. Ja. Ich hoffe, diesmal war das Sound etwas besser als vorher. Das wird sich dann ja noch zeigen. Ich hoffe, dass es besser wird. Jetzt muss sich irgendwas mal dran ändern. Deswegen sage ich mal, schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.